Ciao von der Unger, Talent. Braucht man Talent, erfolgreich zu handeln? Gute Frage. Ich erinnere mich noch, wenn ich jung war, ich bin eigentlich noch jung, aber wenn ich jung war, am Anfang meiner Karriere, mit Freunden, was machst du? Ja, ich arbeite an der Börse. Ach, da braucht man Talent. Ist das Wirklichkeit die Wahrheit und sind meine Erfolge? Kommen die vom Talent oder von harter Arbeit, Ausbildung, Fleiß und alles was möglich ist? Das ist eine Frage und die Antwort ist wichtig auch für alle, die überhaupt Interesse haben an der Börse und die vielleicht nicht das richtige Gefühl haben, genug Talent zu haben. Was ist Talent überhaupt? Meine ersten Erfahrungen finden Sie auch in dem E-Book Erfolgreich Handeln, so geht es, Traden, Entschuldigung, so geht es. Das können Sie bei, Sie müssen nur die Webseite Training Webmaster da unten im Link besuchen und dort können Sie das, das ist gratis, runterladen und da habe ich ein bisschen erzählt, wie es am Anfang überhaupt bei mir funktioniert hat und wie es dann weitergeht. Zurück zum Talent. Was ist also überhaupt Talent? Talent in den Wörtern von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ist das richtige Gefühl zu haben, welche Aktien zu kaufen. Und das ist die Idee, die die Leute haben vom Talent. Die Kapazität zu erkennen, was morgen, übermorgen und noch weiter steigen wird an der Börse. Stimmt das wirklich? Ist das so einfach oder so schwierig? Ich würde sagen, nein. Das ist, was wir alle denken und das ist auch, was die Leute ein bisschen denken über die Börse, aber das ist nicht, was ich normalerweise mache und was ich empfehle, weil es ein komplett anderer Ansatz ist. Leider denken die Leute, dass es so funktioniert. Man redet über Facebook und man denkt, Facebook zu kennen, Facebook ist groß, ist gut, ist wichtig, ich kaufe Facebook-Aktien, die werden steigen. Da habe ich Talente, weil die sind gestiegen. Und da kommt Tesla, Uber, die sind alle wichtig, Zukunft ist da. Diese Akte werden sicher steigen. Und das ist auch, was die Leute normalerweise mich fragen, wenn sie mich treffen. Ah, du arbeitest an der Börse. Was denkst du über Uber? Wird das steigen? Ich habe Akten gekauft. Habe ich genug Talent, das zu beantworten? Das ist nicht mein Ansatz. Und das ist so ein schwieriger Ansatz. Auch die IPOs zum Beispiel. IPOs suchen, vielleicht auch für Biomedizin oder sowas, wenn man denkt, die haben die richtige Medizin für die Zukunft. Und dann werden natürlich die Werte von den Papieren unheimlich steigen. Aber so ein Ansatz. Erstens braucht wirklich Talent, weil man verstehen muss. Nicht nur verstehen nach den Zahlen, sondern das richtige Gefühl zu haben, was wirklich steigen wird. Aber man braucht auch Glück und genug Aktien zu entdecken, die vermutlich steigen werden. Man kann nicht alles auf einer Aktie stellen lassen. Ich hoffe, dass Sie alle einverstanden sind. Das heißt, einmal kommt Facebook, einmal kommt Tesla, einmal kommt Uber, einmal kommt Biosuperstar, ich weiß nicht. Aber sie sind nicht jeden Tag da. Die bieten nicht jeden Tag die Möglichkeit zu handeln. Das ist nicht unbedingt falsch. Ich sage immer, man muss nicht überhandeln. Aber wenn man als Ansatz systematisch arbeiten will, dann muss man die Möglichkeit haben, immer, immer zu handeln. Und mit dieser Methode kann man leider nicht. Und diese Methode kann auch jahrelang nichts bringen, weil es einfach keine Tesla, kein Uber, kein Facebook gibt. Und in dem Fall hat man dann das Problem, da sitzt man blöd und wartet auf die echte Nachricht. Und wie gesagt, so ein Talent, die richtige Aktien zu erkennen, ist wirklich ein Talent. Und das haben wenige. Ich habe es nicht. Ich glaube, ich habe das nicht. Mein Talent ist, Zahlen zu kennen. Zahlen, ich meine, zu verstehen. Und fleißig zu arbeiten. Das ist auch ein Talent, glaube ich. Warum habe ich also automatisiertes Trading gelernt? Weil das mir die Möglichkeit hat, ohne Talent zu arbeiten. Ohne die richtigen Gefühle zu haben, die anderen denken, notwendig zu sehen, etwas zu kaufen. Ich kann Ihnen niemals sagen, diese Akte werden steigen, kaufe ich das, was das gut ist. Das kann ich nicht. Das ist nicht mein Ansatz. Und ich bin auch nicht gut genug, vermutlich, das zu verstehen. Und ich frage auch, wie viele wirklich so gut sein werden, das zu verstehen. Warren Buffett vielleicht. Und er hat genug Geld auch fairer zu tun. Ich glaube, niemand hat hier von den Zuschauern das Geld von Warren Buffett. Wenn einer das hat, bitte anrufen, dann finden wir ein Deal. Aber okay. Man braucht also für meinen Ansatz keinen Sonderteil. Ja, man muss fleißig arbeiten. Man muss sich ausbilden. Man muss ehrlich sein, studieren und die Sachen verstehen. Das ist klar. Man muss verstehen, dass nicht alles von heute bis morgen kommen wird und dass alles langsam zusammengebaut sein wird. Aber wenn man die Methode langsam aufbaut, dann sieht man schon, wie diese Methode Ergebnisse bringen kann. Wir werden nicht unbedingt super gut sein sofort. Aber man hat das Gefühl, dass man etwas baut. Das bedeutet, man kann ein Haus bauen, wenn man ein Ingenieur ist. Man muss nicht unbedingt Leonardo da Vinci sein. Leonardo da Vinci hat Talent, ein riesengroßer Talent. Er war ein Genius. Ein Ingenieur hat studiert, hat gelernt und war schlau genug, Ingenieur zu werden. Das ist natürlich klar. Ein blöder Kerl kann das vielleicht nicht. Aber keiner von den Zuschauern ist blöd hier. Sonst wäre es nicht bei meinem Kanal zu schauen. Ah, abonnieren Sie auch beim Kanal. Abonnieren Sie, weil wenn ich keine Abonnenten habe, dann schließe ich alles und gehe Pizza mit anders zu essen. Das ist schrecklich. Also abonnieren. Also wie gesagt, Sie können sich als Ingenieur ausbilden und ein Haus bauen ohne Leonardo da Vinci zu sein. Sie können hart trainieren und sehr gut Fußball spielen ohne Cristiano Ronaldo oder Messi oder Maradona zu sein. Jene sind Talente, die arbeiten aber auch fleißig. Wir sind, ich sicher nicht, kein Talent im Fußball. Aber wenn wir fleißig trainieren, nicht in meinem Älter heute, aber wenn ich fleißig trainiert hätte, dann könnte ich auch gut spielen können. Gut genug. Aber erfolgreich. Und das ist möglich, wenn man eine Methode hat. Die Methode findet man leider nur im automatisierten Handel, weil dort alles so vorbereitet ist in Zahlen und Ansätzen, die man zusammenbaut, bis man die ganze Ausrüstung gebaut hat. Diskretionär handeln nach Chartanalyse ist auch mehr mit Talent verbunden, weil man immer etwas auf dem Bauch haben muss, was man nicht unbedingt hat, nur als Methode. Und in der Tat mehrere Gurus lehren was, die zeigen, die sagen, die quatschen und so weiter. Und die Leute, die Zuschauer, können trotzdem nichts anfangen, weil sie etwas weniger haben. Ich weiß auch nicht, wie viele von den Gurus in der Tat dann erfolgreich sind, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Mit automatisierten Handeln zeigt der Gurus die Methode, das System und das System wird mit Zahlen gemessen. Also Sie können sofort sehen, ob das funktioniert oder nicht. Und das ist also einfach. Sie brauchen kein Talent. Sie müssen nur die Zahlen zusammenbauen und dann können Sie anfangen. Das ist, weil ich das gelernt habe, weil ich das empfehle und weil ich denke, dass man nicht nur als Maradona spielen kann, sondern auch als Andrea Ungar. Okay, dann ist keiner belastet bei meinem Namen. Und man kann es aber mit Fleiß und Studium schaffen. Also jeder kann es schaffen, aber er muss wissen, dass es nicht einfach ist, dass er Studium braucht und dass er auch ohne Talent morgen Weltmeister sein kann. Weil ich habe es viermal geschafft. Ich bin sicher, andere Weltmeister in der Liste. Zwei sind meine Studenten. Stefano Serafini und Petra Lona Zadzic. Die Liste zwei 17er und 18er Gewinner. Die beiden haben Talent für Studium. Die haben studiert, gelernt, waren fleißig und haben es geschafft. Keiner vielleicht die Petra, die ist schon etwas mehr, etwas besser. Aber generell, keiner hat aus reiner Talent die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich auch nicht. Also, für den nächsten kannst du sein. Vielleicht ohne Talent. Vielleicht damit ein bisschen Talent. Aber in jedem Fall mit Studium. Das braucht man. Das kann man nicht vermeiden. Das war tradingweltmeister.de für mein E-Book. Und abonnieren bei roten Glöcken. Damit sie sofort eine Nachricht haben, wenn etwas Neues kommt. Das war's. Bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Unger. Ciao aus Italien.